Willkommen zurück zu Super Mario World. Im letzten Part haben wir im Geisterschloss vergebens nach dem Exit gesucht. Nachdem wir einen P-Switch nach Recherche von mir gefunden haben in zwischen drei Blöcken, die fies waren, die ich eigentlich vermutet hatte. Das... Ja... Egal, dass sie einfach nur zur Unterstützung sind, um an diesen grünen Schlabberdings vorbeizugehen. Aber wir gehen weiter mit Vanilla Dome 3. Ich sehe eine Zugfahrt. Kann fies werden. Okay, schon vorbei. Perfekt. Perfekt, da geht es ja gar nicht. Frage, Feuerblume besser? Ja, komm. Ah, diese Rutschpatien mag ich gar nicht. Weil zumindest müssen wir hier einfach mal aufpassen, dass wir hier gut drüber springen. So... Das... Oh, hehehe. Ich hab doch grad gelacht, ey, ich nenne mich... Nein, den brauch ich nicht mehr. Komm, verdammt. Ja! Mann. Genau in der Röhre. Und sonst alles. Jetzt hab ich meine Feuerblume einfach hergegeben. Die hier eigentlich sicher handgemessener gewesen wäre. Ah, gibt's die Piranha-Pflanzen auch mal. Am Stück. Muss ich mal rausragen. Aha, die Röhre sind schon umsonst da. Bin schon wieder in der Eis... Zumindest weiß ich jetzt, dass das Eis ist. Alter. Verdammt, normal ist hier viel los. Geh da raus. Ja, man kommt einfach nicht mehr springen. Nur ein... Ganz einfach da raus. Das ist einfach nicht... Ah! Man rutscht hier viel zu. Ja, gut, das Item kann man als Zusatz trotzdem mitnehmen. Ja, komm, jetzt gehst du da mal rein. Jetzt ist es einfach zu schwierig. Hier rutscht man zu arg. Jetzt. Autsch! Könnt ihr eigentlich ziemlich viel überspringen, aber ich... Weiß nicht mehr, wie das geht mit dem Fluganzug. Tut mir leid. Da man so lange in der Luft schwebt, ist es eigentlich ganz einfach. Den auszuweichen. Oh. Das ist schon eine größere Herausforderung. Der Fuchs. Jetzt will ich mich schon wieder die Zeit drängen. Aber du kriegst mich nicht gedrängt. Ich bin schon lange über die Hälfte drüber. Ich freue mir eigentlich groß, keine Sorgen zu machen. Dass die Zeit knapp wird. Ja. Können wir eigentlich gut Items sammeln, falls man mal irgendwie da Items braucht. Aber... Oder ehe ich mich jetzt einfach mal? Ach, scheiße. Mal warten. Hallo. Komm her, du... Oh, Gott sei Dank. Oh, 26 Sterne. First try. First try. Sag es nochmal gerne. First try. Jetzt kommt ein Titel. First try. Ein Gamer Tendo schafft ein Level im First try blind. Naja. Ich bin irgendwie stolz auf mich. Oh. Jetzt kommen Kugel-Release. Nachdem ich... Oh. Was ist denn das? Ja, komm. Ja, komm. Wuscht mein... Oh, perfekt. Mit der Part jetzt hier mal vielleicht... Ich gucke mal ein Vorzeigemodell oder was. Ah, jetzt kommt der Kugel-Willi grad. Ich will da runter. Da komm ich nicht mehr lang. Aber ich blande wirklich... Genau auf den Dingern drauf. Ach. Interessante Idee. Gab sie es schon mal? So vor dem Teil, glaube ich, nicht. Aber... Ich komme nicht mehr hoch. Ist fies. Ist ja komisch, dass dann die Bros dann nochmal geblont werden. Oh, die ist ja sowieso schon können. Verdammt. Hey, ich habe auch nicht den Checkpoint. Natürlich. Das ist fies. Wer die Bros noch belohnt dafür, dass sie... ...dahinkommen. Komm. Du sollst auch da hochspringen, endlich. Psst. Oh, Mann. Ich war doch so weit. Ich hätte schon lange Checkpoints haben können. Woher soll man das denn wissen? Mist. Oh, die erste Runde so gut geklappt. Und jetzt gar nichts. Ah, ich habe vergessen zu speichern. Naja, ich glaube, das Level ist gleich da durch. Bis dorthin mache ich kurz Pause. Bis gleich. So, jetzt ist hier dann irgendwie eine schlechte Ausgangsposition. Nachdem ich sie da gespielt habe. Dann machen wir nur noch einen. Ab. Bis. Ich hab'rn. Ich hab'rn. Ich hab'rn. Das kennen wir ja alles schon. Da ist irgendwo eine Feder drin, oder? Mist, jetzt kriegen wir mein Ding wieder. Ah, wieder nicht erwischt. Das ist ein schwerer... Warte, ist jetzt ein Fehler da? Man darf sich in dem Moment nicht bewegen. Jetzt reicht der Sprung nicht. Naja, wir kommen aber schon ziemlich gut durch, finde ich. Das ist ja nicht schwer eigentlich. So, wir sind mit Items ausgerüstet, also sollte mit einem Großmarschen nichts passieren. So, jetzt kommt er raus, ich komme da nicht hoch. Genau, den Kugel-Willi, der uns hilft, hier lang zu kommen. Und dann... ...schonglieren, juhu. Ich leere mal den Checkpoint. Die eigentlich auch nichts bringt. Wenn wir nur einen abhaben. Immer beim Springen irgendwie will der mir... ...die Dinger auf den Hals hexen. Ja, scheiße, was... ...ja, scheiße, was... ...ja, wenigstens merkt er hier automatisch... ...was man gebraucht. Boah, nee. Eigentlich haben wir ja eigentlich geduckt, um... ...zu gucken, ob wir da unten reinkommen. Ist aber eine gute Entscheidung, sich zu ducken. Weil man da letzten Endes nicht reingekommen ist. Hm, jetzt ist... ...spannend. Langsam. Ah, jawoll. Ziel. Das sieht man auch gerne, oder? 15 Sterne. Wie gesagt, wer weiß... ...Kommis schreiben, was die Sterne bewirken. Wir haben 13 Minuten. Soll ich mich noch auf das Schloss tragen? Schloss kann immer schwierig werden. Schloss hin oder her. Ja. Sollte man hier noch safe staten. Oh mein Gott. Äh. Ach so. Ah, geil. Ist das Kamek? So aus, gell? Ich glaub, das... ...bringt ja weniger was. Mist. Wollte ich mal den P-Switch aktivieren, ne? Wird das, äh... ...irgendwas gut sein. ... ... ... ... ... ... ... ... Was hab ich denn jetzt gemacht? Einmal... Jetzt hab ich nicht geschafft, nach oben zu schwimmen. Mist! Jetzt kommen wir hier frei in den Obision-Gruppen. So. Ähm, jetzt geht's weiter. Manchmal kommt mein Bruder einfach in mein Zimmer gedackelt. Kommt. Wenn ich nichts brauchen kann. Nee, ist... Wutsch. Ich muss das gleich essen. Und runter. Scheiß. Ach, komm. Ähm... Nutzen wir doch die Gelegenheit hin, einen kleinen Schnitt zu machen. Und wenn ich gegessen habe, mal weiter. Bis dann. Ich bin... Ich bin... Ich bin wieder zurück. Ähm... Es geht weiter. Hier... Aber immer noch müssen... Gucken... Wie der Kamek bei Sie gern. Jedenfalls aus wie Kamek. Naja... Naja... So funktioniert wie ich wollte. Naja... Hey... Mal, Alter. Funktioniert es doch. Äh... Nisch. Ja... Ich find's ja blöd. Oh man. Der hat mich aber fast getroffen. Ah... Kann ich mich grad umbringen? Ohne P-Switch geht da gar nix. Oh man. Komm her. Nein, nicht zu mir. Soll ich mich hier jetzt mal... Ach komm. Ich bin dein Ernst, oder? Ich bin dein Ernst. Trotzdem. Naja, egal. Wer mit dem Fragezeichen-Bock? Naja... Ach du wirst du... Naja... Naja... Was ist ein Problem, wenn er mir alle... Naja... Naja... kaputt macht... Naja... Und er sieht grad da na... Alter... Naja... Lass mich doch mal da hoch! Naja... 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 Ach. Nochmal. Ich mache mir jetzt meinen Weg frei. Jetzt ist es gerade wieder. Ups. Soll natürlich nicht sein. So, komm. Bleib stehen. Oh man, wenn man da einfach mal durch will, schafft man trotzdem nicht. Ja, jetzt. Ach jetzt. Komm, dann kann ich mich ja gerade wieder umbringen, oder nicht? Da brauche ich die Tür nicht. Jetzt kommt da Lava. Ich glaube, das war schlecht von mir. Das Schloss noch anzufangen. Wir kommen leider nicht die Zeit hin, die ich mir eigentlich wieder mal zum Ziel setze. 20 Minuten. Geht. Ach, durch den Block. Und kommt immer wieder an der gleichen Stelle. Das gibt es doch nicht. Ich würde da wohl mal an den Dingern vorbeikommen. Was macht er mir mein Fragezeichenblock am Arsch? Schwer, die falsche das Ding. Wir sind einfach zu schwach ausgestattet. Phantastisch. Jetzt komm, beweg dich mal nicht. Oh, und jetzt komm ich schon. Ich bin mir aber schon hier die ganze Zeit um den... Hallo, geh doch mal da hoch! Ich muss mich hier um den P-Switch kümmern. Vielleicht ist das eine Abkürzung, das weiß ich. Aber eine schwere Abkürzung, an der ich nur... Oh. Ja, komm her. Okay. Er schwebt halt auf dem Scheiß. Oh, man. Na, Klasse. Irgendwie wird es hier gerade drin warm. Jetzt müsste mir wieder meinen Scheiß-Frage-Zeichen-Block treffen. Ah, jetzt ist es aber wirklich warm. Ich bin mir gar nicht mehr gewohnt. Das ist gemein. Das ist gemein. Wenn er dann plötzlich da erscheint. So, durch die Türe... So, durch die Türe... ...ist nicht dein Ernst. Die Türe ... Ah, jetzt kommt der gerade da runter, so, wenn man die ganze Zeit nur hin und her springt, das ist einfacher, was soll ich jetzt machen? Dies Oh Ja, geez Ach, Mann. Kein Pilz, nix kriegt man hier. Die Kamek-Spielerei ist das Schlimmste, finde ich. Hier, das Ding. Ach. Ach, Mann. Die kommt jetzt aber auch andauernd. Taucht überall auf. Sobald sie verschwunden ist. Schlimmste, die Kamek-Spielerei hat, Schlimmste. Jetzt haben sie die Kamek-Spielerei. Herzlich bin. Schlimmste. Einen Fucking- Kamek-Spielerei hat, Schlimmste. Man kann hier auch nachher schlafen. Dich ausserden sie hier. Die Kamek-Spielerei hat, Sie haben die Schlimmste an. Och, komm, wieder daneben. Da war ich mal so gut ausgerüstet. Boah, ist mir heiß jetzt. Mach mal, ich lasse mich eigentlich immer hier runter. Da kann ich mich auch runterlassen. Ist das ganz so einfacher, oder? Ist das ganz so einfacher, oder nicht? Alter. Wieder mit nichts. Mit nichts wollen wir mich gar nicht dran wagen. Irgendwann trifft man doch mal auf schon Scheiß. Das ist ganz... Flott erstmal hier durch. Und dann kommt diese Scheiße wieder. So. Gut, das sieht schon mal besser aus als letztes Mal. Jetzt nochmal zwei Items. So, dann geht's weiter. Jetzt können wir hier stöten. Ich mach mal kurz... So, wieder zurück. Also, die Sicherheitszone. Okay. Braut man eigentlich gar nicht. Nein! Ach, verdammt. Jetzt kommt der Karmiker noch gerade hierher. Ja, ich hab keine Chance, die da rauszukommen, wenn der immer wieder an der gleichen Zeit... An der gleichen... Stelle spawns. Ach, da war auch noch ein Abdrüch. Oh! gesehen ab rausgeschossen es geht aber eher darum hier heil durchzukommen den anzug mal gut gegen die knochen trocken klar was verpasst nein jetzt schlafe irgendwie ganz und nein es ist nicht schlafenszeit wir haben mit wir haben zwei jetzt aktuell winterzeit naja doch kommen das kathme gebrauchen kann musste er das borgen so ohne den ding gegen die trockenknochen trocken knochen trocken nicht trocken knochen kathme gebrauchen trocken gleich mal daneben gesprungen das sollte ja nicht anders sein oder die trockenknochen trocken keine oder einer Das Gefühl... Ne, muss ich nicht. Das reicht hier. Ah, zwei auf einem Streich. Juhu. Okay, boss fight. Klasse. Ich weiß nicht, wie sie denn springen. Oh, war immer der richtige. Ich hab immer den Ausdruck, der einfach anders auslacht. Perfekt. So schwer war es nicht. Wir haben die Karte so erledigt. Perfekt. Danke. Und Bumps. Mario has triumphed over Lemmy Cooper of Castle 3. Mario's quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switches yet? Switches yet? Mario hat über den Lemmy Cooper triumphiert im 3. Schloss. Mario's Aufgabe Mission wird immer schwieriger. Hast du die roten und grünen Switch-Blöcke gefunden jetzt? Nein, hab ich nicht. Schade. Ja, war schön, gell? Hier ist Satan. Eine Röhre. Was sich bei der Röhre verbirgt. Sehen wir im nächsten Part. Jawoll. Wir haben wahrscheinlich jetzt Vanilla Dome beendet. Auf jeden Fall so aus. Außer die Röhre ist noch was. Wir werden es auf jeden Fall im nächsten Part 10. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gib mir noch einen Daumen hoch. Jetzt drei Leveln. Solange nicht mehr so passiert. Gib mir noch einen Daumen hoch. Und abonniert mich. Gib mir ein Feedback in die Kommis. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.